Im Rahmen der 29. Magdeburger Literaturwochen, Verdichtung 15, ist in der Stadtbibliothek Magdeburg die Wanderausstellung sonst nichts Neues zu sehen. Das Projekt der Hans-Fallada-Gesellschaft widmet sich der Feldpostbriefe des Ulrich Dietzen, dem jüngeren Bruder Hans Falladas, alias Rudolf Dietzen. Gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges meldete er sich als Freiwilliger und war fast vier Jahre lang an der Westfront eingesetzt. Über 500 Briefe und fast 300 Fotografien, die Ulrich Dietzen an seine Familie schrieb, sind erhalten und Gegenstand dieser Ausstellung. Ausführungen zum militärischen Alltag und Kommentare zur Feindbildpropaganda reflektieren authentisch den Krieg. Schließlich ist Ulrich Dietzen einer von Tausenden auf einer Liste, der im August 1918 wenige Wochen vor Kriegsende nur die Notiz erhält, gefallen. Begleitend zur Ausstellung ist eine Broschüre mit Bildungsmaterialien speziell für jugendliche Besucher erschienen, erhältlich über das Hans-Fallada-Museum in Karwitz. der Ausstellung ist eine Untertitelung des ZDF, 2020